Hallo und ein herzliches Servus, ich bin der Luca von Brick & Brack und heute möchte ich euch ein paar neue Sets vorstellen, die ich mir im Rahmen des Black Fridays von Lego und von einer anderen Website noch geleistet habe. Die zwei Pakete hier stammen vom Lego Online Shop, die habe ich mir im Zuge des VIP Wochenendes bestellt. Und das Ding hier, das kommt von MyToys und ich denke mit dem starten wir auch mal. Ich gebe das mal auf die Seite, damit haben wir ein bisschen mehr Platz. Die Pakete sind auch schon geöffnet, damit geht das Ganze mit dem Aufmachen und Auspacken ein bisschen schneller vonstatten. Und wir beginnen mit dem ersten, ich gebe das Set mal raus, damit ihr es schon sehen könnt. Und tada, es ist die Lego Creator Expert 10263, die winterliche Feuerwache, gut 1150 Teile, massig Figuren. Und ich finde das Set richtig cool, das geht ja heuer auch vom Markt, ich wollte es unbedingt nochmal haben. Vor allem möchte ich es auch mocken, ich möchte mir da auch so eine kleine Ghostbusters Feuerwache auch draus bauen. Das ist ja in etwa die gleiche Farbgebung. Und jetzt für den Winter zur Adventszeit passt das Set natürlich auch wunderbar. Das werde ich auch in einem Stream denke ich mal aufbauen und darauf freue ich mich auch schon. Dann gebe ich hier doch gleich mal die Schachtel runter. Sonst war in der großen Verpackung nichts mehr drin, also auch kein Verpackungsmaterial. Trotzdem ist die Schachtel hier in einem 1A Zustand und ihr wisst, für den Schachtel lieber aber nicht. Wie mich ist das von essentieller Bedeutung. So, wir machen weiter mit dem nächsten Paket. Das wäre dann dieses kleine hier. Und ihr werdet da jetzt überrascht sein. So, Kleber aufmachen. Wir haben hier einmal diese Weihnachtskugel mit dem Santa Claus, also mit dem Weihnachtsmann drinnen. Finde ich cool. Habe ich mir so noch dazu genommen, um über den Einkaufswert zu sein, um das Charles Dickens GWP zu bekommen. Denn, dazu hole ich ein bisschen aus, es gab für kurze Zeit, 20 Minuten nach Mitternacht etwa, im österreichischen Onlineshop das American Diner zu bestellen. Und ich habe es natürlich dann in den Einkaufswagen gelegt und ich habe mir gedacht, ich muss es einfach bestellen. Die Chance habe ich vielleicht nie wieder. Ich habe es bestellt eben, habe von Lego auch eine Bestätigung bekommen, dass die Bestellung akzeptiert wurde. Und dann kam eine Versand-E-Mail, Versand 60 Tage wird es dauern, in etwa, weil sie Produktionsrückstände haben und das Set erst neu produzieren müssen. Und dann in etwa eine Woche später, also jetzt letzte Woche Donnerstag oder so, habe ich dann die Mail bekommen, dass die Bestellung starniert ist. Das Paket ist allerdings trotzdem eingetroffen und was ich richtig cool finde, ihr seht es vielleicht auch schon, das Charles Dickens Gratisset, habe ich trotzdem dazu bekommen. Und das eigentlich zu einem Einkauf von nur 8 Euro. So, finde ich super. Das andere ist halt dann starniert worden. Ja, kann man auch nichts machen. Ich hätte es ja auch jetzt nur mal so bestellt. Ich hätte es auch nicht aufgebaut, das American Diner. Ich hätte es mir dabei mal einfach aufbehalten und hätte mal geschaut, was ich damit dann noch machen werde. Aber ich hätte es jetzt auch für das erste nicht aufgebaut. So, also wir haben einmal die 40410 Charles Dickens Gratisset dazu. Darauf freue ich mich schon. Das ist ein cooles GWP und auch hier die Christbaumkugel finde ich echt cool. Mal schauen. Die werde ich heuer auch auf den Weihnachtsbaum aufsetzen, da bin ich mir sicher. So, dann kommen wir hier zur großen Verpackung und das Ding ist sowas von riesig. Ich glaube, ich werde das gleich wieder hinstellen. Ich stelle es wieder auf die andere Seite rüber. Ich drehe es nochmal kurz. Dann habe ich hier mehr Manövrierungsfreiheit und mehr Platz. So, ich verschwinde hier mal ganz kurz aus dem Bild. Und das erste Set, das uns beehrt und darauf habe ich mich auch schon megamäßig gefreut. Es ist die Razorcrest. Ich meine natürlich das Shuttle des mandalorianischen Kopfgeldjägers oder so ähnlich. Steht hier allerdings auch auf der Verpackung noch Razorcrest drauf. Ich freue mich wahnsinnig, das Ding zu bauen. Hier mal kurz die Rückseite. Ich finde die Optik von dem Set einfach hammergeil. Ich habe genau eine einzige Mandalorian-Folge gesehen. Das war die Pilotfolge der ersten Staffel in Free TV. Trotzdem finde ich das Schiff super und ich wollte es haben. Und jetzt habe ich es endlich. Ich freue mich mega drauf. So, stellen wir auch mal hier her. Ihr solltet da noch irgendwas sehen. Jawohl, geht sich aus. Passt, kriegen wir hin. Und das nächste Set. Das wird jetzt etwas schwieriger, das Ganze hier rauszuholen. Schauen wir doch mal. Ich glaube, ich fange mit dem kleinen Leiter so. Achtung, es raschelt, Verpackungsmaterial. Dann haben wir hier den Gratis-Stein in diesem wunderbaren Türkis. Den man ja auch einen bestimmten Einkaufswert hinzubekommen hat. Stell ich auch gleich mal daher. Und es ist ja jetzt dann auch nochmal dabei. Das heißt, ich habe es jetzt insgesamt zweimal bekommen. Nochmal das Charles Dickens Gratis-Set. So, jetzt wird es hier schön langsam mit dem Platz wieder ein bisschen haarig. Stell wir es mal so hin. Ihr dürftet da noch was sehen. Und dann ist die Schachtel auch endlich beiseite. Dann kann ich die weglegen. Wenn wir jetzt das letzte hier rausnehmen. Tada! Natürlich ist es der Ektor 1 geworden. Oh Leute, ich freue mich. Ich habe wieder richtig coole Sets hier. Ich freue mich wahnsinnig, die aufzubauen. Das wird, denke ich, auch in Streams geschehen. Entweder hier auf dem Kanal oder ich bin woanders zu Gast. Und baue diese hammergeilen Sets auf. Ich freue mich jedenfalls richtig drauf. Also, ich kann gar nicht sagen, auf welches hätte ich mich am meisten freuen. Die sind alle einfach extrem cool. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zu den Sets in die Kommentare. Und ob ihr sie auch habt. Vielleicht sogar im Zuge des Black Fridays gekauft. Ich bin jedenfalls schon gespannt. Ich werde die euch auch alle vorstellen. Hier die Schachtel geht mal. Die Seite ist so. Und ich habe ein bisschen mehr Platz. Ich bin immer noch eingeengt. Aber für das Erste war es das für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus. Euer Luca von Break a Break. Ciao.